Und die kann ich nicht erinnern, dass die richtig nervig waren. Ja, weg mit dir. Fickvieh. So, da müssen wir jetzt rüber. Nein! So knapp. Ja, komm, auf ein neues. Oh, nein. Oh, nee. Höchst ungeil. Ja, weißt du, drängt das Viech mich halt einfach ab. Na, wo ist es? Der Scheißer. Auf die Viecher kann ich auch wieder verzichten. So, drüber. Mal gucken, hier gibt es bestimmt irgendwas zu looten. Aha. Da war die Schweinsnase von vorhin. Ob er erst mal voll daneben gerotzt? Ja. Das hat mir jetzt alles verraten, was ich wissen wollte. Für jeden Zweck gibt es ein Werkzeug. Sogar der unscheinbare Trichter hat seine Aufgabe. Shit. Wie soll sonst der Djinn aus dem Fass in die Flasche kommen? Und wir warten. Düm, düm, düm. Boah, was ein Fahrtwind, hey. Hey, wake up. Ja, perfekt. Ich werde ange... Test. Puh. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ich hab keine Ahnung, was ich grad machen kann. Okay. Also wir können dieses Ding steuern. What the fuck? What the fuck? Das ist so mega krank. Also hallo Welt, ich bin ein Puppenkopf. Ne? Stage 2. Okay. Oh, da hab ich glaub ich was verpasst. Nein, ich zer... X halten um... Äh, es leckt. X halten um aufzuladen und loslassen zum Feuern. What the fuck? Ich peil's nicht. Ja, am meisten X, ne? Ich muss... Es war Leertaste. Kein Moment. So, sind wir wieder da. Ungestört jetzt. Nicht runterfallen. Ja. So lädt man nämlich auf. Nicht mit X. Scheiß Teil, Lernst du, weißt du? Ja. Wuuu. Ach so, die Sicht verändern soll, ne? Uiuiui. 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 Hmm. Alles schön runterschieben. Ich mag solche Spiele irgendwie, ich hab da irgendwie nix gegen. Das blöde ist, was mich nervt, ist, wir haben jetzt da ein mega Riesenteil einfach Dreck gemacht, wir hätten da noch bestimmt was looten können, eine Erinnerung oder so, ich wusste halt nicht, dass es dann schon fertig ist. Das ist das, was mich jetzt voll nervt. Aua. Aua, nochmal Aua, wieder ein kleiner Leck, wunderbar, das mögen wir, Aua, voll durchgefahren, er rutscht, je nachdem, wenn man es sieht. Wuuu. Ne, Flicher muss ich aufpassen, ich kotze nämlich einfach an die, die Fliegelinger. Boah, das leckt so megamassig, was geht denn jetzt ab? Einfach so, klar Moment, ich muss wieder kurz mal gucken. So, ich musste kurz einen Download stoppen, jetzt gehts weiter. Ja. Ja, gut, bei mir irgendwie immer noch nicht. Äh. Oh, Mann. Fraps, ey. Ich geh fraps. So, da sind wir wieder, jetzt gehts wieder, fraps neu gestartet. Hallo. Hä? Okay, wir können doch nicht durch. Ja. Das regt mich halt voll auf, weißt du, dann kommt so Viecher, die ich einfach hasse. Das regt wieder an zu lenken, ey, Mann. Ich hasse, Mann, ich kann grad kotzen, ey, richtig ernst. Ich musste deine Familie in der Oxforder Leichenhalle identifizieren. Deine Schwester war äußerlich unversehrt, was ich von deinen Eltern nicht sagen kann. Geht gleich ein Vogel, ey. Da gehts rein, wunderbar. Ja. Ist uns scheißegal, was da passiert. Wir wollen einfach nur erstmal hier hoch die goldenen Zahn da holen. Und dann gehts weiter. So. Spitzen sind weg gewesen. Ja, wir wollen es nicht sehen. Interessiert uns kein Stück. Machen wir es mal so. Drauf. So, drauflegen. Und dann auch die volle Zeit hier, weil sonst... Nervt mich jedes Mal, das ist ja scheiß. Dann immer wieder da... Ich würde es mal sagen, ein bisschen hier lang. Dann hier rüber. So. Wieder safe. Scheiße, wa? Ist aber nicht sonderlich schwer. Ja, komm her. Hard easy eigentlich sogar. Wieder ein Leck. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, woher es kommt. Schweinsnase. Ne, Ferne. Willst du mich verarschen? Warte, wenn der die Schweinsnase von vorhin nicht gezählt hat. Aber ich... Die hat mir doch... Die war doch eigentlich gemacht, oder? Ich weiß es nicht, ich habe es leider kein zweites Mal irgendwie angeguckt oder so. Da nicht nochmal aufgepasst. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der die gezählt hat, sonst kriege ich einen Ausraster hier. Oh. Ja. Das... War mehr intuitiv. Ich dachte, man könnte was kaputtschnetzen für Zähne. Aber... So geht es natürlich auch. Treppe nach oben. Nett. Irgendwo muss was sein zum aktivieren. Hm. Irgendwo ein Schalter oder sowas. Hier ein Schalter. Was? Also langsam fängt das Spiel an, mich einfach auf den Sack zu gehen, ne? Also... Das kriegt es ziemlich gut hin. Ich darf jetzt nicht zu früh hingehen, weil ich sonst einfach aufgespießt werde. Das ist vollkommen normal. Das habe ich. Jetzt müssen wir hier nochmal nach unten gehen. Ah, klar. Hätte ich gleich sehen können, aber... Habe ich halt nicht. Ja... 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 Wir holen das Zeug ab. Gut abgeholt. Okay, dann... Brauchen wir doch nicht mal runter gehen. Das sah übrigens voll hübsch aus. Das Puppenviech, das sich mit irgendwie... Kommt mit einem Draht durch beide Augen durch. Mega geil. Jetzt warten wir mal wieder. So... Bloß nicht die Steuerungstaste loslassen. Könnte wehtun. So... Pam... So... So... Oh mein Gott! Ah... Pflegefiecher... Pflegefiecher... Komm! Mach! Mach! Drecksviech! Ihr wisst ja immer noch, ich hasse dieses Viech über alles. Alter! Dann fickt mich das Ding halt, ne? Okay... Okay... Einmal ganz, einmal nicht ganz, ne? Ja... Wee, wee, wee... Pam! Hehehehe... Hehehehe... Ah... Weil wieder ein Arsch voll Münzen. Zähne! Sorry, ich verpflanze immer. So... Und hier drauf muss ich? Wie geht das denn? Achso, der bringt gar nichts. Ah... Okay, okay, okay. Der macht das nach oben. Erst einmal das da drauf, einmal hier drauf... Und da lang. So... Achso... Das bleibt jetzt oben... Und hier... Und hier...